Musik Lette stärken wird eine weitere Aufgabe meiner Tätigkeit als Bürgermeister in Coesfeld sein. Lette hat schon viele starke Seiten, kann aber noch stärker entwickelt werden. Es gibt ein wunderbares örtliches Gemeinschaftsleben, das nicht nur bei den Festen zum Ausdruck kommt, sondern wie man nach dem Schützenfest auch sehen kann, bei der gemeinsamen Arbeit. Der Bezirksausschuss hier in Lette muss gestärkt werden. Er muss eigene Entscheidungskompetenzen und ein eigenes Budget bekommen, um die Dinge, die für Lette wichtig sind, auch in eigener Verantwortung entscheiden zu können. Hier im Hintergrund sieht man den Mittelpunkt von Lette, der neu gestaltet werden soll. Das kann man nur machen, wenn man die Bürger entsprechend beteiligt und auch mit Beteiligung der Bürger soll die Ortsdurchfahrt in Angriff genommen werden. Hier redet man schon über zehn Jahre und kommt nicht zur Umsetzung. Sehen Sie sich das Beispiel in Fehlen an. Von den ersten Überlegungen bis zur fertigen Umsetzung nicht mal zweieinhalb Jahre und 1,5 Millionen investiert. Auch das stelle ich mir für die Ortsdurchfahrt Lette vor. Grüne Bereiche, Bereiche für die schwächeren Verkehrsteilnehmer, aber insbesondere, und das ist ganz wichtig, auch viele Stellplätze, damit die Einzelhändler auch anschließend immer noch ihren Markt hier in Lette finden und damit Lette bleibt und nicht CoSF2 wird.